Servus zu meinem neuen YouTube-Video. Heute sind wir beim Ralf. Ralf ist Physiotherapeut im Fitnessstahl im Monau und heute geht es um Mobilisierung bzw. Stretching. Also man findet ja viel in YouTube, dass man sagt, man hat verschiedene Stretching-Programme, aber wir möchten wirklich mal euch eins an der Hand legen, wo nicht zu kompliziert ist, wo Übungen, wo jeder machen kann und vor allem, wo man nicht ewig rumturnen muss. Und der Ralf zeigt uns heute ein paar Übungen und da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank dafür, Ralf. Sehr, sehr gerne. Okay, jetzt machen wir die effektivste Übung für Brust und Bizeps. Und zwar stellen wir uns in die Ecke rein, die Hände sind etwa auf Schulterhöhe und wandeln langsam mit den Oberkörper in die Ecke rein, so dass wir einen leichten, angenehmen Zug in Brust- und Bizepssehne haben. Und den halten wir ca. 60 Sekunden. Versuchen dabei die komplette Muskulatur zu entspannen, also auch Oberschädel-Rückenmuskulatur entspannen. Und wenn wir merken, es wird ein bisschen weniger vom Dehnreiz, dann gehen wir nochmal nach. Okay, jetzt auch nochmal ein bisschen was für die Schultermobilität. Versuchen mit dem Po richtig weit an der Wand zu sitzen. Die Arme gehen nach oben und hier sehen wir schon bei mir auf der linken Seite, ich komme nicht ganz bis an die Wand ran. Versuchen die Arme nach oben zu führen und wieder nach unten. Ziel ist es natürlich mit den Armen an der Wand zu bleiben. Und da sieht man bei mir eine schöne Einschränkung. Das ungefähr 15 Mal wiederholen. Hoch und runter. Und wenn ihr merkt, ihr geht ab, dann wieder runter. Genau. Und dann merkt ihr schon nach 10, 15 Mal, dass ihr weiter ran kommt. Jetzt schaue ich schon fast mit der Hand an der Wand zu bleiben. Genau. Okay, jetzt gehen wir hier den Hüftbeuger. Ich nehme ganz gerne unter dem Fuß eine leichte Erhöhung, hier das Step-Brett und die rechte Hand in dem Fall eine Stütze. So bleibe ich schön in der Achse und kann mich voll auf die Dehnung konzentrieren. Versuche den Schub hier wirklich in den Hüftbeuger reinzusetzen. Hier bleibe ich drin. Versuche mich immer nochmal zu korrigieren. Und wieder rein. Oberkümmer nach hinten. Und halten. Wieder ca. 30 bis 60 Sekunden. Und dann Seitenwechsel. Okay, für die Oberschenkelrückseite, aber gleichzeitig nochmal für den Hüftbeuger. Wieder als Stütze, Besenstiel oder Stab. Unter eurem Fuß ein Tuch. Und jetzt rutscht ihr über das Tuch nach vorne. Versucht komplett in der Streckung zu bleiben. Bisschen leichten Zug habt. Fußspitze hochziehen. Aufrechte Körperhaltung. Und hier bleibt ihr genau so lange in der Dehnung. Ca. 60 Sekunden. Wirklich auch versuchen auszuatmen, locker zu lassen. Und wenn es wieder geht, ein Stück weiter nachschieben. Das rechte Sprunggelenk auf das linke Knie setzen. Die linke Hand fest das rechte Knie. Komplett auf die Seite herumfallen lassen. Jetzt den Arm nach oben führen. Und mit der linken Hand das Knie nach unten ziehen, um versuchen den rechten Arm abzulegen. Hier dehnen wir schön den Knut. Die komplette Seite. Auch Brust haben wir wieder mit dabei. Hier nochmal eine reine Dehnung für die Pormuskulatur. Einfach in den Stütz gehen. Knie schräg nach vorne ziehen. In dem Fall das rechte Knie zeigt zur linken Hand. Und langsam drauf ablegen. So, dass ihr im Oberbereich einen leichten Zug verspürt. Und hier auch wieder ca. 60 Sekunden halten. Versuchen zu entspannen. Und lösen. Für die Adduktoren einfach hier wieder eine Stütze. Das linke Bein auf den Tuch nach außen schieben. So, dass ich hier einen schönen Zug spüre. Genau. Die Abduktoren werden hier der lange Teil und der kurze Teil gedehnt. Aufrechte Körper halbe. Und wieder den Zug leicht halbe. Wichtig ist hier wirklich stützen. Und ein bisschen weiter gehen, wenn der Zug nachlässt. Genau. Wichtig ist hier. Wichtig ist hier. Wichtig ist hier. Vielen Dank.